Zurück bei Österreich auf Reisen. Wir sind gerade am Weg in die Speicherstadt und in die Hafen City, wie ihr seht. Das ist dieser Verschwendungspalast, den wir vorher schon gesehen haben bei der Hafenrundfahrt. Dann auch einmal ein kurzer Blick über die Skyline vom Hafen. Wunder, wunderschön. Kurz davor, falls man das jetzt mit dem Sonnenschein erkennen kann, wahrscheinlich nicht, ist ein unglaublich geiles Hausboot zu verkaufen. Wahnsinn, top stylisch. Ja, man sieht hier schöne Brücke, wo wir stehen. Dort hinten ist die Umwandstation noch. Es riecht extremst nach Kaffee. Das ist die Kaffee Rösterei. Rösterei, Entschuldigung. Da sieht man die Brücken in der einen Seite gezogen, die andere so. Also total süß. Auch diese alten Gebäude, die umgebaut worden sind als Bürogebäude und als Wohnungen. Da oben die Umwandstation, der Kran, der Weiterbaut. Classic, Classic. Ja, würde ich sagen, schauen wir noch ein Stück weiter rein. Wir melden uns später wieder. Drei, zwei, eins, wir sehen.